Hallo Leute und herzlich willkommen bei meinem ersten Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man diese zwei TNT Kanonen macht. Dafür braucht ihr TNT, Wasser, Pflasterstein oder irgendetwas anderes. Ich werde Pflasterstein benutzen, da ich das auch bei der Hard Survival Welt machen werde. Irgendwas mit dem ihr, also das, was ihr von unten habt, solltet ihr auch mithaben. Redstone, Verstärker, Steinstufe und einen Knopf. Das einzige, das ich bei Hard Survival noch brauche, ist Redstone. Damit ihr das mal hört. So. Um es zu machen, das ist eigentlich ganz leicht, ich zeige euch erstmal, wie das funktioniert. Ihr werdet natürlich kein TNT von vorne machen. Nur ungefähr, damit ihr wisst, wie das ist. Also das von vorne und danach mit den Repeatern geht das ein bisschen später und das von vorne an. Und man fliegt ganz weit weg. Zum Hochfliegen sind die zwei da. Die werde ich aber in meinem anderen Tutorial zeigen. Ja, hier solltet ihr, eins, zwei, drei, vier, fünf, bis sechs Repeater noch voll machen. Äh, ich hab hier vier, weil das eigentlich das Beste ist, glaube ich. Wenn ich die zwei noch mache, dann ist es genau am Ende. Also die, die zwei explodieren. Äh, die sind genau am Ende, wo die, äh, bam machen. Und die fangen danach erstmal an zu zischen. Und das dauert danach erstmal, erstmal voll lange, bis die runterfallen. Oder, äh, die fallen vielleicht runter und explodieren dann. Ja, das alles hier werde ich bei einem anderen Video zeigen. Bei anderen Tutorials. Und für die, die wissen wollen, was das da ist, das ist eigentlich das Command-Ding dort, dicke Ding. Das wird aber auch noch gezeigt. Okay, die Kleine hat, ist das gleiche Prinzip, nur dass die halt eine Reihe Hand statt zwei hat und, äh, zwei Hand statt sechs schießt. Ihr könnt auch mehr schießen, aber das bringt nichts. Und die erste Reihe solltet ihr lieber nicht voll machen. Und die, äh, nur die zwei, äh, zwei vorderen. Also hier schießt man eigentlich nur eins. Sonst, äh, ist das nicht so extrem. Okay, ist eigentlich ganz leicht zu bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Danach macht er eins von hier hinten. Ich mach erstmal die kleine natürlich. Danach so. Dann macht er zwei so. Macht Wasser da rein. Da Wasser nur so viele Blöcke weit kann. Hier unten könnt ihr natürlich auch Stein machen, so wie ich hier auch Obsidian wieder reingepackt hab. Ist aber nicht, äh, notwendig. So. Dann braucht er, so. Machen von oben. Damit er nicht aus Versehen irgendwann mal TNT da, äh, da setzt und danach das Ganze weg geht. Denn wenn TNT im Wasser ist, dann, äh, macht das keinen Schaden. Und es macht nur, äh, dann, äh, kommt nur die Power vom TNT. So, dann müsst ihr, wie hab ich das da gemacht? Ähm, ja. Ihr könnt das auch ein bisschen anders machen. Einfach nur geradeaus. Danach gehen die vorderen. Und von hier einfach. Aber ich mach's jetzt mal mit dem gleichen Prinzip wie auch bei der kleinen von daneben. Also so. Danach kommt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also acht Repeater müssen das eigentlich sein. Ihr könnt das mal zählen, wenn ihr wollt. Und die kommen danach auf voll. Also die vier. Ich könnte auch mehr machen, aber das braucht man nicht. Und, äh, das ist das schon. Ist nicht so schwer zu bauen. Und die funktioniert genau im gleichen Prinzip. Und ich zeige euch jetzt mal auch die ein bisschen leichtere Version. Da braucht ihr nur von den beiden Seiten machen. So. Und bei dieser Seite müssen dann Repeater hin. Damit, damit diese Repeater dann nur, äh, nichts machen. Da müssen aber fünf, äh, von den Repeater, weil das immer fünf sind. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich könnte eigentlich eins schießen jetzt und danach das Loch wieder zumachen. Später. Denn ich will eigentlich die Map nicht zerstören. Ja, und. Dack. Boom. Das funktioniert einfach ganz leicht. Okay, jetzt machen wir mal die kleine, äh, die große Kanone. Von dieser hier. Ist eigentlich nicht so schwer. Also hat's nicht so einen riesen Unterschied. Da müsst ihr einfach das machen. So. Ganz größer. Ja, das einzige, was hier anders wird, ist eigentlich das. Das geht weg. Ich bin gerade nicht am reden, da ich das schnell machen will. Deswegen mache ich auch, äh, Cheats an, habe ich auch Cheats an, bei der Hard Survival Vette. Das habe ich auch dort gesagt. Wieso? Also bei der Beschreibung. Oder werde ich sagen. Da das Video noch nicht hochgeladen ist. Dungeon Sounds. Geil. Und, äh, es kommt auch gleich noch ein Info-Video raus. Und. Oder? Ja. Und die hier auf voll. Ihr solltet am besten aber mit Obsidian bauen. Wenn ihr, äh, genug habt. Damit danach die TNT-Konne mitestens, äh, die Form noch hat. Und so, und bam. Das war's dann. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist eigentlich nicht so schwer zu bauen. Und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Oder bei, äh, oder bei einem anderen Video. Denn, ja, es kommt gleich auch ein Info-Video raus. Tschüss.